Und das sind wir wieder bei einer neuen Runde Call of Duty Advanced Warfare, Team Deathmatch, Map Horizon und damit herzlich willkommen. Ihr kennt es bisher, ihr werdet es schon kennen, dass ich mit der BAL 27 spiele. Hat sich nicht geändert. Ich weiß gar nicht, ob ich die Map Horizon schon mal hatte. Oder spielen wir mit der IMR mal eine Runde? Ah ne, ah ne. Wir spielen hier schön mit der BAL. Oh, da haben wir schon den ersten Feind irgendwo. Aber wir gehen einen anderen Weg. Weil ich möchte... Oh, scheiße. Ich möchte den Feind umlaufen. Mh, verdammte Axt. Nein, er hat mich... War er das? Nein. Doch, er war das. Scheiße. Da war auf jeden Fall noch irgendeiner, der mich auch angeschossen hat. Ich weiß, dass da einer drin ist. Oh nein! Von da. Von da. Horizon, die Map habe ich... Die spiele ich so selten. Die kommt so selten mal vor. Ich kenne mich hier auf dieser Map überhaupt nicht aus. Sie kommt ja so gut wie nie. Ja, schade. Ich hätte ihm gerne geholfen. Boom. Da oben sind Feinde, ne? Nein! Ach, Mann. Das ärgert mich. Da hat einer einen Kumpel umgebracht. Das ist nicht gut. Von wo? Von da oben? Wenn ich da heile hinkomme, dann würde ich den ja in den Arsch treten. Aber... Ja, toll. Aber einen habe ich ja gekriegt. Oh, hallo. Nee, will ich nicht rein. Ich habe einen im Wartelauf. Du Krüppel. Nein, das kann doch alles nicht wahr sein. Haben die den umgebracht? Nee, haben sie natürlich nicht. Also manchmal frage ich mich, warum sie die nicht sehen. Na, hallo. Aber endlich ist er draufgegangen. Gib mir ein Zeichen. Diese Richtung, diese Richtung. Diese Richtung. Scheiße. Scheiße. Feindliche Drohne über uns. Ja, keine Ahnung. Geh, fall doch tot um, du Schwuchtel, ey. Aber sie haben ihn wenigstens umgebracht mal. Boah, ich baller jetzt auf alles, was sich bewegt. So, schön. Na komm. Komm, Wichshänzchen. Hm. Hm. Schade, dass jetzt keiner eine Drohne dahin macht. Ja, na klar. In dem Moment, wo ich weggucke, kommt so ein Spasti um die Ecke. Das ist doch nicht mehr normal. Wie oft mir das schon passiert ist. Die ganze Zeit halte ich das Gewehr in eine Richtung, drehe mich einmal um und da, in dem Moment kommt einer. Es ist zum Kotzen. Genau wie die Map. Ich kenne mich hier nicht aus. Feindliche Drohne online. Was ist los? Na klar. Na klar. Feindliche Drohne über uns. Scheiße auf die Drohne. Ey, wir haben hier ein Problem. Da kommt gleich einer. Nein, Fallum. Boah. Ja, egal. Das macht nichts. Hauptsache, ich habe den mitgenommen. Da ist keiner. Da sind zu viele von uns. Na, eher unwahrscheinlich. Ne, das ist auch einer von uns. Verdammt nochmal. Keine Feinde mehr hier. Gut, ne? Das war gut. Toll, meine Drohne gerade gekriegt und dann ist es vorbei. Voll verkackt die Runde, würde ich mal sagen. 8 zu 11 ist auch wirklich kein guter Wert. Aber unser ganzes Team war auch nicht gut. Also ich würde ich jetzt mal behaupten, dass keiner eine wirklich gute Runde gespielt hat. Und dann gewinnst du halt auch nicht, ne? Kann man nichts machen. Es hat mir auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.